Während die Stimmung im Sommerhaus der Stars mit jeder Folge explosiver wird, eskaliert es jetzt auch im echten Leben, Freundschafts aus bei Theresia Fischer und Sam Dillen. Auch die achte Folge vom Sommerhaus der Stars überwerfen sich die Emotionen und es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Mittendrin, modelt Theresia Fischer und TV-Sternchen Sam Dillen.Alles beginnt, als Sam mitten in einer hitzigen Diskussion plötzlich die Unterstützung für Theresias Freundin Gloria Glumack verweigert, und das, obwohl er genau das vorher versprochen hatte. Für Theresia Fischer ein No-Go. Ich bin einfach zutiefst enttäuscht von dir, konfrontiert sie ihn unter Tränen. Als Fischers Partner Stefan Kleiser sich dann auch noch einmischt, ist der nächste Akt im Sommerhaus-Drama perfekt. Erneute Eskalation im Sommerhaus der Stars. Vor der gesamten Gruppe stellt Kleiser den vermeintlichen Freund seiner Partnerin zur Rede und attackiert ihn scharf, Du bist eine falsche Bitch. Und schöne Fassade und eine dreckige Persönlichkeit wirft er Sam Dillen an den Kopf. Für Theresia Fischer war das Thema damit aber noch lange nicht vom Tisch. Zu diesem Thema gibt es von mir kein langes Statement, weil ich dieser Person keine Aufmerksamkeit mehr bieten möchte und nicht die Werbeplattform für diese Person sein will. Punkt denn das ist genau das, was diese Person mit diesem widerlichen Verhalten erreichen möchte, schreibt das Model jetzt auf Instagram, während im Hintergrund zu sehen ist, wie sie dieser Person namens Sam Dillen entfolgt. Das Ende einer Reality-TV-Freundschaft nach mehr als fünf Jahren. Ob sich die beiden jemals wieder annähern werden, bleibt fraglich. Punkt aber zumindest auf den Bildschirmen sind die beiden noch etwas länger vereint, am Ende der achten Folge verlässt nämlich niemand das Sommerhaus. Punkt aber zumindest auf Punkt finanziellte www.maidenz.de